Ich bin die Vanessa. Ich bin noch 21 Jahre alt und mache jetzt die Ausbildung hier zur Finanzassistentin. Vanessa, bei dir gibt es eine kleine Besonderheit. Möchtest du uns darüber erzählen? Ja, also ich habe eine kleine Tochter zu Hause. Die ist jetzt zweieinhalb. Und ja, das ist so meine Besonderheit hier. Und wie ändert sich jetzt dein Tagesablauf mit der Ausbildung? Ja, also ich muss natürlich noch ein bisschen früher aufstehen und habe jetzt mit der Kita geregelt, dass sie auch noch früher hingehen kann, damit ich dann pünktlich in die Schule kommen kann und sie auch länger dableiben kann. Und was machst du noch so in deiner Freizeit? Also wenn ich Freizeit habe, mache ich entweder Sport zu Hause oder bin im Feuerwehrverein von der Freiwilligen Feuerwehr in Reisen organisatorisch aktiv. Super, dann sage ich vielen Dank und viel Spaß bei deiner Ausbildung. Dankeschön.